Matitsch-Bericht untergräbt Grundrecht auf Leben und Gewissensfreiheit. Der Bericht betrachtet Abtreibung als Menschenrecht und fordert die Beseitigung jeglicher Einschränkungen wie Wartezeiten, Verweigerung von medizinischer Versorgung aufgrund persönlicher Überzeugungen oder Beratung. Die wichtigsten Forderungen des Matitsch-Berichtes sind Abschaffung des Rechts auf Gewissensfreiheit für medizinisches Personal. Für Ärzte soll es nicht mehr möglich sein, sich der Tötung eines Menschen durch Abtreibung zu widersetzen. Die Verweigerung einer Abtreibung durch einen Arzt würde als Verweigerung der medizinischen Versorgung behandelt werden. Abtreibung und Verhütung für Mädchen ohne elterliche Zustimmung. Sexualerziehungsunterricht mit umstrittenen Themen wie LGBT und Geschlechtsidentität, Gender, von der Grundschule an ohne Information oder Zustimmung der Eltern. Geschlechtsumwandlungsoperationen sollen vom öffentlichen Gesundheitssystem bezahlt werden. Dies gilt auch für Minderjährige. Eingriffe in die einzelstaatliche Gesundheitspolitik der EU-Mitgliedstaaten. Bisher waren die Mitgliedstaaten eigenverantwortlich zuständig für die Organisation und Bereitstellung von Gesundheitsdiensten und medizinischer Versorgung. Trotz kritischer Stimmen, die vor den negativen Konsequenzen der Annahme des Matitsch-Berichts warnten, wurde dieser am 24. Juni 2021 vom EU-Parlament angenommen. Daraufhin folgten zahlreiche kritische Reaktionen von mehreren Seiten, unter anderem auch von den Ärzteorganisationen Salzburger Ärzteforum und dem Verein Ärzte für das Leben. Das Salzburger Ärzteforum schreibt, In weiterer Folge ist zu befürchten, dass durch die Annahme des Matitsch-Berichts Ärztinnen und Ärzten sowie medizinischen Institutionen in Ländern mit legalisiertem assistierten Suizid und Tötung auf Verlangen unter Androhung entsprechender Folgen das Recht und die Freiheit zur Ablehnung aus Gewissensgründen abgesprochen werden könnte. Prof. Paul Kullen, Vorsitzender des Vereins Ärzte für das Leben, erklärt, Die Annahme des Matitsch-Berichts ist ein großer Rückschlag für die Menschenrechte, das Lebensrecht und die ärztliche Gewissensfreiheit in Europa. Die Annahme des Berichts wird dazu führen, dass das in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerte Recht von Ärztinnen und Ärzten, aus Gewissensgründen eine Mitwirkung an Abtreibungen abzulehnen, EU-weit beschnitten wird. Die Annahme des Matitsch-Berichts fordert demnach nicht nur eine drastische Einmischung in die Gesundheitspolitik der EU-Mitgliedstaaten. Er will auch durchsetzen, dass Abtreibungen ohne jegliche Einschränkungen möglich werden. Diese Forderung kollidiert jedoch mit der persönlichen Gewissensfreiheit, also die Freiheit, Entscheidungen und Handlungen aufgrund des Gewissens frei von äußerem Zwang durchführen zu können. Davon betroffen sind insbesondere Ärztinnen und Ärzte sowie medizinische Institutionen, die aus Gewissensgründen eine Beteiligung an Abtreibungen ablehnen. Die Gewissensfreiheit jedes Menschen muss unter allen Umständen verteidigt und erhalten werden. Falls Sie dieses Anliegen unterstützen möchten, empfehlen wir Ihnen die Petition Abtreibung ist kein Menschenrecht zu unterzeichnen und in Ihrem Umfeld bekannt zu machen.